ja wir sind zurück mit einer Aufnahme von Modern Warfare und ja und ja in der U-Bahn kriegt für ihn ja noch hat mehr bei GDR wie schnellste gehen kann hat der Klappe Fickle Erbauter von Bild weil wir auf Schwerpunkt mit der Interest aus dem Insel mit dem Motto für den Fall schon mal gibt es die geschützten Niederländen Baum das ist zu sagen dass er das Dreckspielen auch eine Kostel Kost diese da hocken wie die letzten kämpfer die kämpfen vom feinsten aber ich habe meine speisegeile waffe hier die modell 18 87 richtig was du willst du bist doch und die offener weg die bauwäsche da waren sehr viele witze drinnen die man nicht öffentlich stellen kann alles alter das ist doch wie sie da hocken haupten haben die letzten Terroristen es ist so unglaublich Euro ist noch nie gut zu sehen ja auch schon vorhin aber so zum Kopf wo wo wir sind weil ich kein kann mal kurz zu warten ist ja in Ordnung fünf Minuten so wie er hier die ganze Zeit an einer Stelle stehen das ist ja sinnlos dann ja da brauchst du nicht spülen es sind aber die die dann Angst haben zu verlieren dieser sie ist da das ist so ach keine Ahnung ich will es mal nicht scheiße da hat er geloobt da hat er durchs Geländer geloobt Juli Böder da Probe Probe das schön ist wenn ich dich abknallte weiter die du stürzt nur ich nicht das habe ich gerade angeschossen und habe selber Schaden bekommen aber ich es wird dann auf dich zurück dann halt er soll ein die sind so zum Kotzen es geht gar nicht das geht einfach nicht nicht die traurte sie von jörg der Lektor mal in der Welt aufgeben müssen der hätte drauf gehen müssen ich will mal wissen wie viel schon extrem Spielstorien genau ich schon klar ich bin Klinik wechsel ich Alta ohne mann schlend wie kann das sein dass da kommen sie alle hocken das ist so ne ich meinen keinen Bock mehr auf das Spielball zumindest in den Modus und wieder jedes jetzt reizt mir aber jetzt hat der Basti seine Noob Tube hier drinnen sehe ich ein Gegner von beiden zur Tod das sind aber wenn bei Hardcore dann behaupten sie alle in irgendwelchen Ecken weil sie Angst haben weil sie genau wissen wie es ist Alter Hardcore sind ja 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 das hat so nichts mit Spielen zu tun in irgendeine Ecke Alter in irgendeine Ecke zu hoppen no finde ich gerade auch nicht ja genau 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 kein Problem aber guck mal was die für Waffen haben die haben meistens die gleiche das schwere Sturmgewehr ne leichte Maschinengewehr ne leichte Maschinengewehr wenn der einen Schuss hast sie tot ja habe ich aber glaube nicht deutsch-standardklasse also die Typ von 0 reicht ja wohl aus ja das stimmt schon wie sie sich damit alle horten es ist so zum Heulen siehste ey siehste ey weder holen sie Schrotflinte oder ach genau ich hab gar keinen Bock die Runde weiter zu spielen die ist ja gleich vorbei auf ja weißt du was ich ja ich sterbe die ist gleich vorbei die Runde wir können tötet mich YOLO komm mal her ich muss dir mal was zeigen wie ich renne wenn ich nach oben ziehe ja was ich das nicht verstehe ich hab das ist mit Zettel so tief und 90 drauf geballert du kannst drauf ballern wie du willst aber kriegen tut's nichts oder hat's doch was doch guck mal 413 du musst gleich mal die zeigen bis dann die Punkte nicht an ja aber komischerweise bist du schon vorher tot bevor du irgendwas machen kannst ja ich muss dir gleich mal zeigen wie das aussieht wenn ich renne wie sie alle hocken ne weder Sniper Maschinengewehr oder Schrotflinte du bist du Bank 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 oben ich versteck mich mal her da bist du guck dir das mal an warte 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 guck dir an guck dir an guck dir an warte becoming warte auf etwas nicht erwarte warte vor wir und so also stimmt doch kein Soldat darunter so stunden soll da ja machen wir langsam ich geh jetzt mal hier lang kommen so mache ich mal so richtig spezielle Action hier ja ich auch kennst du schon den Breakdancing nennen? they see me rollin they hate me was denn? geil West Paket ey ich bin gut was denn ein Kackerspanier Kackerspanier Hammers Hammers wieder warm Hammers schon wieder ich weiß ganz genau dass du hier irgendwo bist ok hm hochmut halt dein Maul wo bist du? ich bin nix wo bist du? wo bist du? ich bin Kockerspanier ich bin die ich bin ich bin ich bin ich bin das machen wir nur noch eine Aufnahme ok weil die anderen doch schief gelaufen ist Strief wir wollten nur das Countdown Spezial machen das waren wir zu gut was meins mit dir? du hast ja du hast ja das finde ich zu gut du warst du mit ja eine Dame du die Herren wo ist es? da ist einer in der LG da ist einer in der LG da ist sie da ist sie da ist sie hab ich auch ich bin ja auch Stefan Rahm hab ich schon öfters gemerkt dass du da unten bin da unten drüber hat er fast jeder ja immer wenn du immer liegst bist du da unten aaaah das wird super kacken ey so stört mich irgendwie ich wollte dein allererste mal am Wochenende mit dir ohne dass ich scheiße muss ich wollte dein Porzellan eigentlich wo? wie ist das jetzt? ja damit wir uns poussen mit einem fix noch die nächste Aufnahme Session machen können und dann kommt Neither mineckt